Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 2. Ich muss mal ganz kurz noch was sagen. Also, ich habe vor sechs Folgen oder so, keine Ahnung wie viele Folgen, habe ich gesagt, dieses Spiel liegt unter einem sehr, 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 sehr schlechten Stern. Vielleicht erinnert sich jemand. Und ich habe recht behalten. Und ich habe gerade eben, ich wollte vor, keine Ahnung wie viele Stunden, wollte ich anfangen aufzunehmen, habe mir gedacht, boah, du hast Zeit, gerade bist auch richtig gut drauf, komm, zock, The Witcher jetzt. Das Doofe ist nur, ich bin ins Spiel reingegangen, so, wollte Spielstand laden, und danach sehe ich, mein Spielstand war nicht mehr da. Alles weg, komplett. Da habe ich mir einfach gedacht, scheiße, ich kann jetzt nichts anderes machen, und ich muss dann wohl von vorne spielen. Also habe ich heute, gerade eben, bevor ich hier aufgenommen habe, hatte ich die ganze Zeit mein Aufnahmeprogramm hintendran laufen, aber nicht auf Recording, ne, hatte es halt die ganze Zeit an, habe dann bis hierhin gespielt und habe jetzt erst gerade den Aufnahmeknopf gedrückt. Yay. Und ich habe schon mal erwähnt, dass ich den Epilog habe schon fünfmal oder so gespielt. Yay. Ey, das macht mich so lebensfroh. Ich bin überglücklich, dass ich das nochmal spielen durfte. Ich habe so gut wie möglich alle Nebenmissionen, also alle Nebenmissionen, die ich in der Aufnahme gemacht hatte, auch gemacht. Also Trollkopf und diese eine Frau retten und dieses Messer werfen. Aber dieses Messer werfen habe ich diesmal gewonnen, übrigens. konnte ich leider nicht aufnehmen, aber ja, das war es eigentlich. Die Besonderes, ich habe mich bei Triss wieder so entschieden, wie in der Aufnahme, also die Entscheidungen waren alle gleich. Der einzige Unterschied war halt, dass ich, ähm, hier und so, ne, ähm, ich habe es auch gerade eben erwähnt, ah, Messer werfen, dass ich beim Messer werfen gewonnen habe. Das ist soweit, ich weiß jetzt gerade der einzige Unterschied. Und ich habe vielleicht ein bisschen mehr Geld oder weniger, ich weiß es nicht. Aber jetzt, äh, weiter im Spiel. So. Den Typen habe ich schon gerade eben umgehauen. Da hinten steht der. Und ich kann dieses Katzengetränk nicht, äh, trinken. Leider. Ich weiß nicht warum. Mein Kopf juckt. Ahaha. So. Ich habe keinen Schlüssel, scheiße. Na? Ich, ich gehe wirklich mit meinem Kopf mit und denke da so, ich kann jetzt um die Ecke gucken, wenn ich jetzt so, so Seite gucke. Ah, geht nicht. Deswegen habe ich mich so entfernt angehört. Uhu. Scheiße, wo ist der andere? Scheiße, der war da hinten. Hat er mich gesehen? Och, komm, ganz ehrlich jetzt. So, alles irgendwie gerade eben noch gemacht. Das war wirklich alles. Das war wirklich. Ich habe so gut wie möglich alle Texte übersprungen, also alle Dialoge übersprungen. Einfach durchgeskippt. Wollte ich so schnell wie möglich durchhaben. Da ist er. Ich höre oben Schritte. Und komm, YY. Mist Laden Ich möchte es wirklich schaffen Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit lade Aber ich möchte es wirklich schaffen, ohne einmal entdeckt zu werden Denn Wes ist hier in Gefahr Und ich will die jetzt nicht irgendwie in Gefahr bringen Weil ich irgendwie doof war Deswegen tut mir leid Tut mir sehr sehr leid Hmm So, die gehen jetzt aufeinander zu Hat der mich... Es ist doch nicht wahr, ganz ehrlich Der hat Auge wie ein Adler Und der andere, der ist irgendwie blind oder so Braucht eine Hornbrille oder so Alter Ist doch nicht wahr Er hat einen Finger von mir rausgucken gesehen Weißt du, danach will er direkt Mich angreifen Na komm jetzt Der Typ läuft da Gleich, gleich Läuft gleich gleich, ne? Na, hello, hello What are you doing? Er kommt wieder zurück Okay Der andere ist noch nicht zurückgegangen Also wenn der zurückkommt, dann geht der So, gehen jetzt beide gleichzeitig weg Komm, na, der geht früher weg Scheiße Boah Na, na Jetzt weg, 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 weg Nein, 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 nein Nicht hängen Oh Hat er mich gesehen? Och komm, ganz ehrlich Mann Och, Menno Ich denke mir so Boah, geil Der sieht mich nicht Und dann Der sieht mich doch Und dann Mann Hallo, würdest du jetzt Ne, da steht er nicht Der steht da hinten Tut mir leid, dass die Folge so doof anfängt Aber dafür kann ich nichts Weh, der sieht mich Alter Der sieht mich nicht, weiß Aber der andere hätte mich direkt gesehen Lauf Ey, jetzt so juckt es mich überall, weißt du, gerade eben hat mich nirgendwo etwas gejuckt Aber jetzt wo ich den Aufnahmeknopf gedrückterweise, juckt es mich wie die Sau Ist schlimm Und die stehen beide da hinten Mist Er muss jedes Mal aus der Map laufen, das ist so doof So, ich glaube Wenn der jetzt wieder zurück geht Dann müsste es eigentlich so weit sein Na Oh Mann Es ist nicht wahr Es ist auch meine Nase Die bringt mich auch um So, kann ich eigentlich Natürlich nicht So Der läuft da entlang Na Okay, hat mich nicht gesehen Weiter, 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 weiter Menno Mann, es zieht sie so lange Das finde ich doof An Let's Plays Die ich relativ blind spiele Oder halt, wo ich sehr viele Versuche brauche Denn Bei solchen Sachen Ich mag das überhaupt nicht Wenn ich jedes Mal dasselbe machen muss Das zieht sich dann so lang Und danach denke ich immer Das will keiner sehen Weißt du Gut, bei den Videos will jetzt auch keiner sehen Aber Ne, ihr wisst, was ich meine Mann Na, überlege ich mir jedes Mal Soll ich es rausschneiden oder nicht Was soll ich machen Mann Ich habe jetzt auch was an der Lippe, ne So Spröde Spröde Haut Spröde nennt man das, ne Spröde Lippen Weil es so arschkalt ist Na Ich sollte mehr Wasser trinken Das wäre eigentlich jetzt mein Ding gewesen Gratis jetzt Scheiße Es ist nicht wahr Ich will heulen Ganz ehrlich Mann Ich stelle mich auch gerade so doof an Ich heule wirklich gleich los Nach diesen so Nach diesen, keine Ahnung Vier Stunden Fünf Stunden oder so Die ich gerade nachgespielt habe Verzweifle ich jetzt Das ist nicht wahr Oh oh Es ist nicht wahr Mann Mann, Mann, Mann Er fängt super an Wirklich Ich will heulen Ich will heulen Ne, warte, der sieht mich sonst Wah Hallo Hallo Rum steht Deswegen beim nächsten Mal Werde ich es direkt versuchen Versuchen Tut mir leid In das Mikrofon geatmet Jetzt läuft er da hin Okay, der läuft auch da hin Und jetzt direkt nach Sind die Sind die Sind die Oh Verreck Stirb Mann Ich bleib mal jetzt hier so Ich hab jetzt keinen Bock Das nochmal zu machen Ich tue so Als wäre nichts passiert Mal gucken Ob das auffällt Also wenn ich jetzt hier hochgehe Verhalten die sich jetzt anders Oder so Sind die wach Alter Schnee ich nicht so laut Oh Ohren Ha Nicht die Schwerter berühren Dafür brauche ich einen Schlüssel Die Kiste kriege ich nicht auf Da ist eine Kiste Dahinten ist auch eine Kiste Ganz leise Ist da eine Tür Was ist dahinter Nichts Okay Ganz leise Wow Drei Ohren Dafür lohnt sich auch eine ganze Kiste Kann ich das jetzt? Dafür brauche ich wohl einen anderen Schlüssel Okay Wir haben es geschafft Ganz leise So Los geht's Tür geöffnet Wo ist der Fetti? Das ist eine Falle Achtung Was auch sonst Hexer gegen Scheißkerl Halt die Schnauze Ich bin dabei Wer ist Ich bin dabei Keine Sorge Ich werde auch nicht zögern Aber für so einen Fetti hat er ganz schön viel Leben Jetzt sind seine Eier wohl nicht mehr so gut Na Krieg Schnell Mach mich los Ja ja gleich Ein bisschen noch Steht dir aber Ein bisschen so SM Spielchen Hättest du das dagegen? Nein Verschlossen Was auch sonst Unterhalten Beeilung Geralt Helfen wir ihr Und dann nichts wie weg Ach wie geht's dir so Ach ganz gut Und dir so Und dir so Und dir so gefesselt Danke Geralt Hinter der Tür Ich hab was gehört Du hast ein Kärtchen am Bein Ich frag mich was drin steht Höchstwahrscheinlich die Rechnung oder so Ah ich geh jetzt mal da nach hinten Da hinten liegt jemand Muss wohl diese Elfen sein Licht aus Spot an Sonst ist hier Nix Okay Nehmt mich mit Ich flehe euch an Du siehst nicht aus wie eine Hure Elfin Ich bin Moril Welchen Monat haben wir? Nicht jetzt Kannst du laufen? Ich bleib hier keinen Augenblick länger Und wenn ich krabbeln muss Sie schafft es nicht durch den Garten Geralt Wir müssen vorne raus Geh du zuerst Wir sind dicht hinter dir Nun welcher Monat ist gerade? Lammers Herbst schon? Als sie mich entführt haben Lag noch Schnee Dann ist der Vater des Kindes Dieses Kind hat nur eine Mutter Als ich es merkte Ich wollte mich umbringen Sag so etwas nicht Ich bin eine Entseide Ach du Scheiße Alter Dieser kranke Bastard Wo sind die Soldaten alle hin? Ich Schaff's nicht Ich Himmel Sie hat das Wasser verloren Geralt Wir müssen umplanen Aber Zurück in den Turm Ein sauberes Bett Warmes Wasser Ein bisschen Zeit Keine Störung Hol Hilfe Wie soll ich jetzt Hilfe Es ist so ekelhaft Dieser kranke Typ Einfach eine Frau entführen Danach Ein Jahr lang schon fast Bäh Das ist widerlich Also der hat den Tod verdient Sage ich nicht oft Aber der hat wirklich den Tod verdient Stirb Na Und nächster Ich frage mich Hat einer von euch Einen Schlüssel Übrigens Hierfür Schlüssel Geöffnet Was war drin Keine Ahnung Okay Na Kurz Achso Wenn ich gerade schon mal hier oben bin Dann kann ich ja mal kurz Also so ist nicht Also ich möchte hier Alter Haben die extra gemacht Damit die Wachen auch alles hören Ups Puppe Wow Okay Hm Interessant Hm Okay Weiter Kann ich eigentlich wieder zurück und sagen Und fragen wie es ihnen geht Ne Schlüssel Ah die schließen direkt ab Okay Okay ist auch logisch Wenn sie irgendjemand noch hoch schafft Sich hinter mir vorbeizuschmuggeln Oder so Na hochrennt Jaja So was machen die hier unten Die Mutter ist Tot Na Hallo Stopp Äh Das da war es Na man Im regenwetter Bringen die blitz Ja Was machst du Geralt Hallo Geralt Ist Hallo Stirb Ich hab So Und Aufgestiegen Da Keine Ahnung was hier los ist Also ich sehe nichts Ich beschwung nichts besonderes Kenas Ich brauche Hilfe Kennt sich einer mit Schwangerschaften aus Komm renn rein Renn rein Mann Mann Nee Hallo Kann mir jemand helfen Hallo Gut Und da Wo seid ihr denn geblieben Roche Wir hatten unterwegs ein bisschen Ärger